Das Doku-Event. 40 Jahre Queen. Queen hat Geschichte geschrieben. Die Rockband der Superlative. Jedes Bandmitglied schrieb Nummer 1 Hits. Rückblickend frage ich mich, wie wir das zustande brachten. Exklusive Einblicke in Freddie Mercury's Leben. Freddie hatte mit Mary Austin ja eine völlig normale heterosexuelle Beziehung. Sein Coming-out war eine Riesenbefreiung für ihn. Ich bereue nichts. We are the Champions. Das Doku-Event. Am 2. November bei Vox.